Okay, danke. Wie gesagt, einige Gruppen, die uns am Herzen liegen, die uns wirklich schon gute Freunde geworden sind, von ihrem auch ein kleines Geschenkerl. Und da würde ich vorschlagen, wir fangen einmal an mit unseren Alkoholic Church. Weil wir brauchen am längsten... Sie haben sich dahinter um versteckt, in unseren neuen Salettl-Zubau auf der Insel haben Sie sich versteckt. Bitte einen oder mehrere Alkoholic Church. Jetzt aber, kommen wir wirklich schon seit 17 Jahren zu uns immer wieder da. Und sind so in Gefahr, dass sie vergessen werden, weil es dann weiterhin von ihren aussehen. Aber trotzdem sind es wirklich alte Stammgäste und es kommt mir aber jetzt keiner, wie es ausschaut. Da hätten wir schon eine Flasche guten Schnaps. Vielleicht ist das ein Locken...